Hallo, wir sind Astrid Vettel und Charlotte Kaller vom Landschaftsverband Südniedersachsen. Südniedersachsen ist für uns dieses Gebiet. Hier gibt es ganz viele unterschiedliche Museen, die wir als Museumsberaterinnen vernetzen möchten. Deshalb stellen wir euch auch gleich sechs Datensets vor. Diese stammen aus den digitalen Sammlungen von sechs verschiedenen Museen, die im Kulturerbeportal Niedersachsen veröffentlicht sind. Sie bestehen jeweils aus Fotos der Objekte sowie Angaben zu Alter, Material und zum Teil ausführlichen Hintergrundinformationen. Da gibt es Porzellanobjekte aller Art, von Geschirr bis zu dekorativen Figuren aus Fürstenberg. Reliquien, Gemälde und andere Hinterlassenschaften aus dem Gandersheimer Frauenstift. Brote und diverse Geräte zur Brotherstellung aus dem Brotmuseum. Historische Kleidung und Trachten aus dem Heimatmuseum Obernfeld. Münzen, Gemälde und Historische Waffen aus Schlossherzberg und Bergmännisches Kunsthandwerk aus Klausthal-Zellerfeld. Wir würden uns freuen, wenn die Datensets verknüpft würden, aber vor allem wünschen wir uns, dass lustige, ungewöhnliche, überraschende Dinge entstehen, um die Menschen neugierig auf unsere Museen zu machen.